Hallo Leute und willkommen zur Clear 22. Folge von 7 Days to Die. Heute ist mit dabei der Teezy, der es noch nie gespielt hat. Und wir gehen jetzt erstmal schön auf Loot-Tour. Ich sollte vielleicht noch kurz dazu sagen, hier hat sich ein bisschen was getan. Ich habe die letzten Tage ein bisschen offscreen weitergemacht. Naja, ihr seht es ja schon, wir haben nicht die Absicht eine Mauer zu errichten. Äh, vielleicht doch, egal. Haben ein bisschen was angepflanzt. Julian hat seine kleine Hütte fertig. Da kann ich so aber, glaube ich, gar nicht rein. Die zeige ich euch dann mal. Vogelnest. Äh, ich habe hier gerade irgendwas abgebaut. Du hast einen Stein mitgenommen. Ne, hier, die Dinger da. Achso, ja, dann setz den da mal bitte wieder hin. Ja, wirklich schön. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf Loot-Tour. Erstens, um Teezy ein bisschen das Spiel zu zeigen und, naja, ich habe keinen Kaffee mehr. Hey, lol. Wie setze ich den? Rechtsklick. Ah, okay. So, springen wir eben drüber. Und wir gehen dann einfach mal Richtung Osten. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Zwischendurch werde ich jetzt noch ein paar Steine einsammeln. Sonst sind wir eigentlich soweit versorgt. Aber verpasst habt ihr letztendlich nicht sonderlich viel. Äh, wir hatten noch ein Care-Package gefunden. Ich habe keine gebrochene Beine mehr, sehe ich gerade. Äh, ich meine natürlich, ich hatte nie gebrochene Beine. Äh, Stein. So. Nicht wundern, ne? Äh, Steine halt für Bolzen. Äh, soll ich auch was mitnehmen? Äh, kannst du gerne. Wenn du willst, können wir dir gleich auch einen Bogen machen. Äh, Armbrust. Ja. Dann klopke ich immer eben ein bisschen Stuff für dich weg. Soll ich dir die machen, oder willst du selber? Äh, mach ich. Muss man bloß halt alles so weit erklären. Ja, das ist ja kein Problem. Also das wird jetzt auch für ihn so ein bisschen Eingewöhnung sein, sag ich mal. Äh, ich habe hier Gewehr gefunden. Ein Gewehr? Wie ein Gewehr? Ja, mit einem Gewehr. Darf ich mal kurz reingucken? Muss drausgehen. Also, ne, ich hab's aufgenommen. Achso. Damagant Paul auf jeden Fall drin, davon haben wir aber eigentlich massiv. Weit über tausend. Ne, war doch kein Gewehr. Lol. Das ist ein Handel, Walfall Stock. Kannst wegschmeißen. Okay. Gut, also wir brauchen jetzt eben noch ein Pastix. Das wird sich jetzt im Moment hier eben hinziehen, nicht wundern. Äh, zack. So, das sollte jetzt aber reichen. Dann komm mal her. Wo bist du? Da bist du. Ach, ich habe sogar Sticks mit. Super. Äh, nimm einmal das aus. Dann einmal das. Was denn? Wo denn? Hier, einfach E gedrückt halten. Hier irgendwo. Jo. E gedrückt halten, wie gesagt. Nimmst du automatisch aus. Jetzt machst du erstmal aus dem Grünzeug, müsstest schon alles haben. Jetzt machst du aus dem Grünzeug erstmal wieder die Grasteile. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie sie genau heißen. Also daraus erstmal die Grasdinger. Und dann gibst du oben bei Surge einfach einmal Crossbow ein. Ist einfacher. Weil die genaue Zusammensetzung weiß ich gerade auch nicht so aus dem Kopf. Ich schieße währenddessen... Was soll ich eingeben? Crossbow. Ah ja, dafür hat die Stickies mit. Stimmt ja. Ich bekomme noch Bolzen. Ja, und da mache ich jetzt einfach... Ja, genau. Okay. Wir müssen uns aber ein bisschen sputen. Die Zeit, die läuft. Also, ich gucke mal gerade auf dem Map. In die Richtung sind wir, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Oder ich zumindest nicht. Deswegen geben wir da jetzt mal hin. Können wir? Warte, warte, warte. Ich habe hier gerade das Falsche reingepackt. Geht sofort los. Jo. Äh, Osten. Ich glaube, wir gehen Richtung Süd. Osten. Ja, das passt wohl. Ja, ich crafte ihn gerade halt. Du kannst auch während des Craftens weiterlaufen, ne? Okay. Ich bin sowieso gerade fertig. Gut. Fehlen halt noch Bolzen. Dafür brauchst du die ganzen kleinen Steine. Ich würde dir gerne welche abgeben, aber ich habe selber nur 26. Ist so in Ordnung. Folgst du mir? Äh, ich muss mal gucken, wo... Ah, da. So, ich glaube, ich war echt noch nicht. Also laufen wir hier einfach mal die Straße entlang ein Stück. Äh, links siehst du übrigens, das ganz linke ist daneben. Daneben ist Ausdauer, daneben Essen, daneben Trinken. Alles klar. Das war eigentlich sehr unterklärend. Frage. Antwort. Gibt es hier Fahrzeuge? Nein. Noch nicht. Nein. Ich weiß nicht, ob sie kommen werden. Freuen würde es mich. Dann hätte es einen Sinn, eine Garage zu bauen. Ja. Aber aktuell ist darüber noch nichts bekannt. Ne, gut, ist halt nur eine Alpha. Richtig. Aber schon relativ späte und dafür, dass es eine Alpha ist. Allerdings muss man auch sagen, das Spiel gibt es ja jetzt schon seit, ich glaube, Dezember. Hey, da ist ein Haus. Hey, da ist ein Haus. Nuten. Äh, ja, gibt es ja schon seit Dezember. Ach, äh, ganz wichtig, in jeden Kofferraum gucken. Von den Autos. Ja. Da kann ein Boros spawnen. Wenn wir Glück haben. Äh, eigentlich wäre mir eine Kettensäge lieber, aber ich weiß nicht, wo die jetzt spawnen. Moment. Da konnte ich so dran. Heißt das, hier war schon wer? Okay, hier war Julian scheinbar schon. Oh, Wes. Äh, ja, hier war schon wer. Töpfe. Oh, Kaffee. Das brauchen wir. Oh, ja. Ich habe echt keinen einzigen Blaubeeren. Die nehme ich mit. Können wir uns Blaubeeren anpflanzen? Äh, nebenbei bemerkt, in Häusern vorsichtig sein. Da rennen die Viecher, ne? Wir haben das ja so ein... Jetzt habe ich einen Stuhl mitgenommen. Wir haben das ja so eingestellt. Wir können weiter. Hier war Julian schon. Wir haben das ja so eingestellt, dass die Viecher nur bei Nacht rennen. Aber in den Häusern ist es halt dunkel. Ach, ich glaube, das ist die Scheune, die Julian zum Einstuhl... Nee. Okay. Dann gucke ich hier nochmal eben kurz rein. Ich gucke hier in die komischen Müllsäcke. Jo. Okay, hier ist aber nicht besonders viel. Ich nehme einfach mal alles mit, das was ich finde, ja? Äh, ja, machen wir ruhig erst. Wir gehen später dann durch. Was man braucht, was nicht. Das wäre zu umständlich, das alles direkt zu erklären. Ich mache mir mal eben ein paar Steine. Können übrigens weiter, ne? Lass liegen, lass liegen. Ist zu schnell. Und wenn du Fleisch dabei hast, dann riechen dich die Zombies. Ich habe jetzt auf Tour zum Beispiel auch nur Dosenfleisch mit. Das ist halt in der Dose, das können sie nicht riechen. Also ich habe jetzt gerade eine Dose in der Hosentasche und so, ne? Und ein paar Gläser Wasser und was weiß ich was alles. Man muss sich eine große Hose haben. Ja, es sieht sehr groß aus. Du siehst genauso aus wie ich. Achso, okay. Oder sollte das heißen, ich bin dick. Ähm, das habe ich nicht gesagt. Ja, ja, ja. Äh, rechts von uns Zombie. Bupsala. Mach den Reißverschluss wieder zu. Ja, gut. Warte mal. So, weiter. Du hast dir beinahe reingelaufen. Yep. Wer ist nicht der Erste? Also wir suchen jetzt eigentlich nach... Naja, ich könnte wieder Brest gebrauchen. Ähm, dass ich halt neue Bullet Casings machen kann. Aber ansonsten sind wir eigentlich soweit ganz gut versorgt. Essen, Trinken haben wir. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen noch Sand geholt. Hast du Essen mit? Wahrscheinlich nicht, was? Ich habe doch, ich habe ja irgendeine Dosenzeugs mit. Ah, gut. Sieht aus wie eine Tomatensuppe. Ja, das ist doch gut. Ich mag keine Tomaten. Beste. Na, hi. Hallo, ich bin Koch, ich mag fast alles. Ist ein Argument. Ähm, ja, wir suchen jetzt einfach nur so ein bisschen allgemein. Die letzte Zeit habe ich viel zu viel mit Bauen verbracht. Das war schon echt nervig teilweise. Außerdem, äh, ich brauche einfach einen Bohrer oder eine Kettensäge. Wasteland, okay. Ähm. Ich gucke mal kurz auf der Map weiter raus, so kann ich nicht. Also die kleinen Ruin würde ich hier ehrlich gesagt so einfach sitzen lassen. Ja, ich muss immer mal ein bisschen warten, weil Energie... Äh, kannst was trinken, das hilft. Moment, das ist doch kein normales Wasteland hier. Hier ist irgendwie sehr neblig. Das macht mir Angst. Das kenne ich noch gar nicht. Hier war Kohle vorkommen. Den wollte ich eigentlich gar nicht erwischen, aber egal. Äh, ne, mal bemerkt, nicht wundern, wenn ich nie alles treffe. Hat mir nur so ein paar zugelegt und naja. Ich weiß ja, dein Leben ist nicht nur in dem Spiel für den Arsch, sondern auch in anderen Spiel. Ja, ja, wie lange hast du gebraucht bei Teasys Challenge? Ich weiß ja, wie lange hast du gebraucht. Hey, Repair Tools. Äh, ja, die bringen dir zwar nicht die Sachen, die ich schon durchgeguckt habe. Ich bin gleich tot. Nein, bist du nicht. Im Ofen spawnt sowas zwar in der Regel nicht, aber ich kann in meinem Gucken... Wollt ihr mich verarschen?